Flint, wo habe ich das? Da hinten Flint, oh, ein Flint habe ich Aber halt Ein Eisen und ein Flint Zack Dann, was brauche ich? Ich brauche eigentlich alles Das da Das da Und das da So, was brauche ich dann noch? Das kann ich gleich da reinstecken, das nehme ich mit So, das war es eigentlich, oder? Das tue ich wieder da rein Das tue ich wieder da rein, das tue ich wieder da rein Das tue ich da rein, dann nehme ich mir ein paar Stecken mit Das bringe ich auch noch zum Kochen hier Und dann haue ich ab So Jetzt geht es ab in die Höhle Wollte ich sagen, eine Höhle Schauen wir mal, wie es da aussieht Oh ja, richtig gebaut, hammergeil Und los Was, warte, nein, 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 nein Zuerst hier Dings, die Dings merken Koordinaten, muss ich mir nochmal aufschreiben Oh shit Minus 9 265 So aufgeschrieben Alles klar Falls wir doch nicht da rauskommen, wo wir unser Portal gebaut haben Downloading Terror Terror Mama Lass mal trinken Mama, ich hab Angst So Da oben ist schonmal Glowsdown Jetzt musste ich die Welt erstmal nachladen hier Jetzt baue ich hier mal so seitlich Fackeln hin Da sind auch schon die ersten Geister Die Höhle Da unten Treff ich den so, Nägel Bisschen höher Ah, verdammt, noch bissle höher LOL Ah, scheiß aufs Ding Kann man mal sonst was hier machen Da baue ich mich jetzt erstmal hoch Höhle Boah Der will auf, auf den Gorge haben, oder? Hab ich so das Gefühl Baaaaaam In your face Aber noch etwas In your face Aber noch etwas Abenteuer Und das fängt mal wieder, wie üblich In der Hölle An Zu ruckeln Boah Also das liegt jetzt nicht an dem Spiel Oder an meinem Dings Ist ja eigentlich normal so Weil Die Hölle, die muss ja eine neue Welt generieren Für alle, die es nicht wissen, meine ich jetzt Und deshalb wird halt die Welt hier Neugeladen Und dabei ruckelt es halt ein bisschen Also bis jetzt, wie gesagt, Optifine Gute Arbeit Hat bis jetzt noch nicht geruckelt Nice So, jetzt hab ich auch ein bisschen Glowstone Fast ein Stack voll Nice Boah Ich dachte, ich hab das verfehlt, ey Jetzt haben wir noch ein paar Pilze mit Weil ich stehe Hammer auf Pilze So Oh, das sind Schweinemenschen Die lass ich jetzt erstmal in Ruhe Mich interessiert jetzt, wo hier die nächste Festung ist Da hinten ist nochmal Glowstone Da hinten ist nochmal Glowstone Was ist da? Okay Jetzt erstmal nicht so weit vom Portal entfernen So So Da liegt schon was abgebautes Wahrscheinlich da, wo die vorhin eingeschlagen hat Die Die Rakete von dem Gast Oder Ghost Oder wie die auch heißen So Dann wird das auch nochmal mit Gut, mit der Spitzhacke geht's genauso schnell wie mit der Hand Nur mit dem Unterschied, dass ich dann die Spitzhacke verbrauche Und das brauche ich ja jetzt nicht Machen wir das halt so schnell Aus dem Glowstone kann ich mir dann schon einen geilen Guard machen, ja So Laternen fällt mir grad ein Und die Laternen stelle ich dann auf die Hecke da oben drauf Geile Idee So, das nehm ich noch Ja man Zweieinhalb Stacks So Aber warum bin ich hergekommen? Da oben Ganz bisschen nicht verirren hier, ne Jetzt ist das mein Ende Jetzt ist das mein Ende Misch ne behinderte Ghost Da oben ist so Laberschleim Geben die? Was droppen die noch? Ich hab die selten gesehen Keine Ahnung was die mir geben dann Geben die mir überhaupt was? Nur Erfahrung oder? Langweilig Komm schon, dass wir keine nennen Äh netherfestung Ja doch netherfestung Stimmt doch Keine netherfestung in der Nähe Ich brauch netherwarzen Und wenn ich die finde Und wenn ich die finde Muss ich erstmal ne Stunde im wiki verbringen Weil ich hab noch nie so richtig gebraut Keine Ahnung was man dafür braucht Für die Tränke halt Für die Tränke halt Muss ich erstmal hier alles durchlesen So So Gut Glowstone hätte ich eigentlich schon genug Brauch jetzt eigentlich nicht mehr So So Wo, 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 wo Wo kann ich denn hier hingehen? Hier ist anscheinend nichts mehr Da oben scheint es zu sein Halt mal Ich hab hier OptiFi Ja Jetzt kann ich zoomen So Dann gehen wir mal da hoch würde ich sagen Wie kommen wir da am besten hoch? Hochbauen oder? Scheiße ich muss dann später noch Stein holen Bissle wenig dabei So 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 Ah shit Da hätte ich jetzt keine Händenbomben müssen Okay das war's auch schon So Jetzt schauen wir mal Schuhe muss ich gleich wieder anziehen Die Festung Hier ist keine Festung Hier ist keine Festung Ah Soulcent Warte mal ich muss mir Markierungen setzen Dann finde ich nie wieder mehr zurück Hier Lol ich habe die ganze Zeit diese Koordinaten scheiße Da haben Gar nicht bemerkt Gut dann kann ich mir auch gleich die Koordinaten von Nether merken Nein Nein Lol wo ist denn der? Ach da hinten Lol Der hat sich leider total kaputt gemacht Oh Ohne Witz jetzt Ohne Witz jetzt Lol Hat er das nur ausgemacht oder? Oh Oh Gott sei Dank Ich dachte er hat so einen Obsidian Block kaputt gemacht Shit Dann hätte ich ihn nie mehr zurückgefunden Minus 8,3 34 So ok Hammert ey Gut da hast ich es vor Hier hätte ich kein Feuerzeug Wäre ich ebenso am